Vom 2. bis 5. Juni ist es endlich wieder so weit. Europas größtes Mountainbike-Freeride-Festival bringt die besten Mountainbiker der Welt in den Bikepark Winterberg nach Deutschland. Unter ihnen der Schwede Martin Söderström, der sich dieses Jahr einer ganz besonderen Herausforderung stellt. Er tritt in den Disziplinen Downhill, 4-Cross und Slop-Style an. Vielseitiger kann Freeriding nicht sein. Vom 2. bis 5. Juni das große Light-Event im Bikepark Winterberg. Die Highlights und Hintergrundberichte in iAccess Dirtmasters am 8. Juli in den 365 International World Series bei Savus TV. Auf geht's tun. Eie Manish эти Lanhezzen auf 70 Std. Dannństle auch dieätter in die Alpha極stein und Titel. Diesenis Interview.